Motion Aliments Hier spricht Sven vom Politikstammtisch. Ich begrüße euch zu diesem neuen Beitrag. Hier sieht man das zerschnittene Wahlplakat von Volke-O-Lenssack-Afee. Kommt euch bekannt vor. Kamera, guck mal her. Schaut euch das an. Ein gerader Schnitt, Gattermesser oder so ähnlich. Und die andere Seite ist auch zerschnitten. So sieht es aus hier. Schöne Pfingsten. Und ich habe es auf Kamera gesichert. Bis dahin. Motion Aliments Motion Aliments